Ich bin mir nicht sicher. Ich mach das Level mal... Ah, nee, ich glaub... Ich weiß, dass in dem Totenkopf-Plattform-Level, glaub ich, ein Checkpoint ist, der aus Metall ist. Und dann sind da, glaub ich, keine Kisten im Level. Was war das denn? Dann hoffe ich einfach mal, dass da keine Kisten drin sind. Ah, da vorne ist schon das Ende. Naja, werden wir sehen. Ich werde wahrscheinlich eh das Glück haben, dass wir hier gleich nochmal rein dürfen. 28. Na gut, das können wir vielleicht doch hinhauen. Ah, falsche Taste! Naja, vielleicht gibt's ja was. Ach so, die können wir so kaputt machen. So. Huh. Oh, kaputt. So, hier hatten wir jetzt alle. Und vielleicht hat das ja doch hin. I hope. Doch. Ja, super. Oh, das ist schon sehr gut. Das ist sehr gut. Müssen wir zwar nochmal hier rein, aber ich muss nicht die Kisten holen. Das ist sehr schön. Super. Ähm. Jo. Hol mal die Kisten. Ach, Quatsch, nicht die Kisten. Ähm. Was, die 23? Ja. Hier gab's gar keine Kletterpassage, ne? Fällt mir so auf. Dann gibt's sie wohl nur in den Hellen, die der will. Oh nein, ich kann das... Ladezeit, Ladezeit, Ladezeit. Ladezeit, Ladezeit, Ladezeit. Ladezeit laut. Ja, ist gut. Wir wissen, dass du das Level nicht geschafft hast und rausgeflogen bist. So. One more time. Diesmal ein bisschen mit mehr... Bisschen mit mehr Aufpassung. Haha. Ach, das kann ich vielleicht euch auch noch erzählen. Wir machen momentan in Technik, ähm, müssen wir uns so ein eigenes Projekt ausdenken. Ich find das irgendwie voll süß. Ähm. Und, ähm, das Projekt, was dann am Ende ausgewählt wird... Ach du, ich bin auf der falschen Plattform. Ähm, das, was am Ende ausgewählt wird, das müssen wir dann berechnen. Und, ähm... Das Lustige ist, das Projekt, das ausgewählt wird. Oder was die beste Note bekommt. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich mein, das, was ausgewählt wird. Das kriegt einen kleinen Preis. Und zwar, äh, kriegen dann die Gruppenmitglieder, kriegen eine Pizza ausgegeben. Ähm, aber jetzt nicht so eine Pizza von, von der Pizzeria, sondern, ähm, eine Pizza vom, vom Schulkiosk. Das find ich total niedlich. Und außerdem auch noch mit, äh, ein Foto, ähm, mit den Lehrern, die wir haben. Also die beiden Klassenlehrer. Das find ich irgendwie voll niedlich. Aber ich möchte gerne nicht der erste Platz sein. Weil ich das irgendwie, weiß ich nicht. Ich find das komisch, aber irgendwie auch niedlich. Keine Ahnung. Wäääh! Wie ich das überlebt hab. Okay. Ja, das ist easy-po-peasy. Das machen wir hier einfach so, bääää. So. Siehst du, hab ich gesagt. Metall-Checkpoint. So, das lösen wir auch ganz schnell hier. So. Grüne Edelstein. Sehr schön. Äh, äh. Wutschig, wutschig, wutschig. Aber da gibt's doch noch einen zweiten und einen dritten Platz. Oh, fuck. Oh, jetzt hab ich wieder in dem Kack-Level anfangen. Was? Das ist doch noch gar nicht hier unten angekommen. Na gut. Ja, warum bin ich jetzt nicht verbrannt? Puhi. Wow. Das war knapp. Ja, zweitens dritten Platz ist dann halt irgendwie nur kein Foto. Und nur noch ein Pizzastück. Oder irgendwie sowas. Aber die Pizzastücke sind voll lecker. Ich kann mal auch... Die sind auch nicht so teuer, aber ich finde es halt trotzdem irgendwie niedlich. Ach man, ich möchte jetzt gerne ins Ziel kommen. Nein! Stirb doch! Stirb! Da ist irgendwas... Irgendwas läuft da nicht ganz richtig auf der CD an dieser Stelle. Dann schmeiß halt nicht. Ist okay. Hä? Uiuiui. Das fällt ja jetzt noch hier am Ende irgendwie. So, dann werde ich jetzt noch mal abspeichern. Weil wir haben jetzt wieder einiges geschafft. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, wir machen noch das Renn-Level. Das Moped-Level. Glaube ich. Ich glaube, es gibt hier auch zwei Enten. Ja, es gibt zwei Enten. Das heißt, das unfertige Ende werden wir sowieso kriegen. Weil uns ja noch die ganzen Relikte und so fehlen. Und das Fertige zeige ich euch dann auch. Haben wir hier jetzt alles? Ja. Gut, dann machen wir das Renn-Level. Und ich denke mal, in der nächsten Aufnahme gibt es dann das Future-Level. Oh.